Mal mit Verstand arbeiten und nicht nach Paragraphen gehen. Einen wunderschönen guten Tag auf der Sträse. Wir reagieren hier auf eine neue Folge realer Irrsinn. Neu ist sie wahrscheinlich nicht, aber es geht um einen Streit, um ein Tempolimit und eine Straßeneröffnung. Wir gehen da jetzt rein in die React-Szene und gucken mal, was da los war. Damit der Verkehr nicht mehr durchs Wohngebiet fährt, ist in Elsdorf im Rheinland für 2 Millionen Euro eine neue Umgehungsstraße gebaut worden. Da freuen sich die Bürger doch bestimmt. Die Bürger sind aufgebracht, weil die Straße fertig ist und nicht in Betrieb genommen werden kann. Dass hier niemand fahren darf, liegt nicht etwa daran, dass die Straße schlecht gebaut ist. Der Grund ist eher bürokratischer Natur. War ja klar, oder? Das war doch wieder klar. Bürokratischer Natur, den kenne ich schon. Ich kenne es noch nicht. Hier sind 2 Behörden, die sich nicht einigen wollen. Und das auf dem Rücken von den Leuten, von der Bevölkerung. Der Neubau der Kreisstraße 30N wurde nach nur 2 Jahren im November 2020 fertiggestellt. 2 Jahre für eine Straße, meine Herren. Ziemlich schnell. Und der Rhein-Erft-Kreis möchte, dass auf seiner Straße auch ziemlich schnell gefahren werden darf. 70 Kilometer pro Stunde. Das ist aber auch okay. Die sah doch gut ausgebaut und groß aus. Die Stadt will aber, dass es deutlich gemächlicher zugeht. Ich unterstütze diese Begrenzung auf 50 Stundenkilometer deswegen, weil wir hier die Hauptzufahrt zu einem Wohngebiet haben, die Hauptzufahrt zu einem Kindergarten und es hier keine langen Strecken sind. Okay, also das ist jetzt nur mein erster Eindruck gewesen. Deswegen hätte ich gesagt, 70 ist okay. Okay, nur halt so paar Meter vorm Kreisel dann entsprechend 50, dass man dann auch runterkommt. Nicht so weit von hier entfernt. Echt? Ich habe jetzt nicht so, ich habe natürlich keine Deutschlandkarte auf dem Schirm. Ist doch eigentlich immer bürokratischer Natur, oder nicht? Ja, sehr, sehr, sehr oft, ne? Und bürokratischer Unsinn nennt man das. Genau, Nils. Nach nur zwei Jahren ziemlich schnell. Ja, also ich finde das überhaupt nicht schnell. Insgesamt ist die neue K30N nur rund 800 Meter lang. Das längste gerade Stück 500 Meter. Und auf diesem Stück liegt in der Mitte dieser Kindergarten. I understand. Okay, dann hätte ich, also ich ging jetzt gerade wirklich davon aus, wir sprechen hier von einem Straßenstück von einigen Kilometern. Also so maximal fünf, sowas in der Art. Das ist jetzt was anderes. Da hätte ich jetzt auch 50 gesagt. Und zwar hier. Ja. 200 Meter später kommt ein Kreisverkehr. Ja. Weitere 100 Meter danach eine 90-Grad-Kurve. Ja. Sicherheit geht vor. Warum machen wir keine 50? Das ist doch mal ein Teiljahr. Für die 500 Meter hinten ist sowieso, der Rest von der K30N ist sowieso im Wohngebiet. Und da kann man auch 50 machen. Das spielt doch ja keine Rolle. Ja, finde ich jetzt aber auch. Also für das kleine Stück dann nochmal Gas geben. Die 20 kmh. Wie viel bist du dann schneller da? Kann das bitte jemand ausrechnen? In 10 Sekunden? Doch. Denn in der Straßenverkehrsordnung ist geregelt, dass Kreisstraßen mit bis zu 100 kmh beschildert werden können. Und da ist 70 doch schon ein Kompromiss, findet der Rhein-Erft-Kreis. Aber doch nicht für die Wegstrecke von 100 Metern oder was das ist. Gibt sich auf die STVO. Alter! Diese ist darauf ausgerichtet, die Interessen unterschiedlicher Verkehrsteilnehmer gegeneinander abzuwägen und möglichst in Einklang zu bringen. Dieser Abwägungsprozess ist nicht immer einfach. Nein, nicht immer einfach. Denn die Stadt Elsdorf bleibt hart und hat extra ein Gutachten anfertigen lassen. Jetzt kommt's. Das Gutachten besagt hier 50 kmh. Der Kreis geht aber nicht auf das Gutachten ein. Ich wünsche mir von den Behörden, dass sie mal wieder für die Leute da sind, für die Bürger da sind. Und dass sie mal anfangen weiterzuarbeiten und mal mit Verstand arbeiten, nicht nur nach Paragraphen gehen. Nachdem sich die Tempodiskussion... Das ist aber auch eine stronge Aussage, oder? Mal mit Verstand arbeiten und nicht nach Paragraphen gehen. Da kannst du mal sehen, in was für einem Land wir leben. Das ist einfach nur noch realer Irrsinn, echt. Aber da stehen doch schon die Schilder mit 70, dann müssten wir die ja alle ersetzen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich. Aber was willst du denn bitte beschleunigen? Du kannst in diesem Kreisverkehr auch... Vielleicht mit 30 Sachen oder so durchfahren, ja? Es ist gut ausgebaut, sagen wir mal, ne? Es ist nicht rutschig oder sowas, dann kannst du auch mal mit 30 so dran vorbei rollen. Aber was willst du denn da jetzt noch auf 70 kmh beschleunigen, nur damit du dann wieder eine Vollbremsung machen kannst vor dem nächsten Ding? Ich begreife es einfach nicht, Challenge Accepted. Crowdy, du steigst jetzt nicht in dein Auto und fährst in so einen Kreisel rein mit 100 Sachen. Sowas machen wir nicht. Die Schilder ersetzen würde drei Jahre dauern. I feel it, ja. Zeus, absolut. Ein Schild kostet auch relativ viel, oder? Ja, auf jeden Fall. Da gab es ja noch diese eine Geschichte mit dem Typen, der die Schilder geputzt hat. Also das war ja auch richtig heftig. Mit Verstand arbeiten, nicht nur nach Paragraphen. Es ist... wow. Nachdem sich die Tempodiskussion lange im Kreis dreht... Und ich muss mal kurz anmerken, dieser Traktor, der da im Kreis fährt, fantastische Idee. Fantastisch, sieht super aus. ...gibt es nach fünf Monaten eine Lösung. Auf dem längeren Stück am Kindergarten vorbei gilt Tempo 70. Ja, clever. Und auf dem kurzen Stück mit der scharfen Kurve gilt Tempo 50. Seitdem herrscht hier freie Fahrt und manch einer schafft trotzdem nur Tempo 40. So, was jetzt? Richtig stark. Richtig stark. Ja, das war mein Reacts, kurz Reacts, zu realer Irrsinn. Streit um Tempolimit, verzögert Straßeneröffnung. Ihr könnt gerne mal auf Twitch vorbeischauen, wenn ihr mich live sehen möchtet. Twitch.tv slash der Strese. Link in der Beschreibung. Ciao, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.